Willkommen Leute. Ich weiß nicht, ob ihr uns gut hören könnt, weil es hier verrückt laut ist. Aber wir sind in einem neuen Abenteuer unterwegs. Wir sind nicht mehr auf Bali wie in der letzten Folge, sondern wir sind in Hanoi, in Vietnam. Wir werden hier unsere Freunde Clara und Jonathan von Boarding Away begleiten, die eine ausgiebige Vietnam-Tour gemacht haben. Die haben in Ho Chi Minh gestartet, sind jetzt hochgefahren nach Hanoi, wo wir die jetzt treffen und dann nehmen wir mit denen nochmal die Norden mit. Und wir sind super aufgeregt, jetzt hier in Vietnam zu sein und diese Abenteuer zu starten. Backpacker-Realität ist halt auch, wenn einfach die Bank die Zahlung oder das Geldabgeben ablehnt. Kurz ein Nervenzusammenbruch. Ich habe momentan richtige Handyprobleme, also habe ich die App nochmal neu installiert. Was brauche ich? Eine SMS-Tan. Wer kriegt die SMS-Tan? Meine Mutter. Und es ist 3 Uhr nachts in Deutschland. Versuchen wir jetzt mal bei einer anderen Bank, mal schauen, ob wir Geld bekommen. Sie haben Geld. Und ich habe mich gerade richtig abgelegt. Und wir haben uns super, super cool mit so zwei süßen Breten unterhalten. Schon älter, in Rente. Da hatte ich keine Lust mehr, deswegen bin ich dann die ganze Treppe runtergerutscht. Clara hat einen guten Abgang gemacht, aber zum Glück ist nichts passiert. Ja, jetzt gehen wir weiter. Wir brauchen noch eine SIM-Karte und wir wollen natürlich heute noch ein Motorrad kaufen. Aber so unser erster Eindruck von Hanoi ist schon sehr positiv. Also es ist irgendwie so eine Mischung aus Hongkong und ich weiß gar nicht, was es noch so richtig ist. Ob wir es schon mal gesehen haben. Es ist ganz neu. Aber es ist halt einfach so Kaffee im richtigen Café. Es ist fast so 1,60. Man kann es richtig gut zum Beispiel in einen Café setzen. Es ist sehr günstig. Es gibt superviele Fake-Stores. Superviele. Wir werden uns auf jeden Fall irgendwie ein paar Patagonia und so Sachen holen. Und sehr viele Touristen. Wow. So sieht das Ganze aus. Da ist eine sehr fotogene Brücke. Ich denke, wenn hier so ein etwas Nebel liegt, ist das ein richtig cooles Fotomotiv. Lara ist schon Fotograf für die. Jetzt sind wir jetzt gerade bei Niette. Das ist ein Italienanbieter. Und wir waren natürlich schon am Flughafen und haben uns da sehr schnell angeschaut. Aber weil es zu spät war und alles war so richtig wurschtelig da am Flughafen, haben wir gesagt, wir fahren jetzt erstmal ins Hotel und wollen uns dann vor Ort eine SIM-Karte holen. Das ist aber meistens vor Ort günstiger als im Flughafen. Nur hier ist es halt einfach genau andersrum. Wir hatten am Flughafen jetzt für Unlimited ca. 15 Euro bezahlt für den ganzen Monat. Und jetzt wollen wir hier knapp 30 Euro für 8 GB am Tag. Wir sind einfach einladen weitergegangen in hier so ein Darasch-Tech-Thema. Ich weiß nicht mal, wie man den nennen kann, aber da stehen ganz viele Namen. Vielleicht findet ihr den auch. Jedenfalls haben wir 250.000 bezahlt. Die hat die SIM-Karte reingesteckt. Ich habe ihr Geld gegeben und das war fertig. Also das war der schnellste SIM-Kartenprozess, den ich jemals in meinem Leben hatte. Was wir wirklich beeindruckend hier in Vietnam finden, also an Hanoi zumindest, ist, hier sind super viele Leute, die älter sind, die einfach in Rente sind. Und dann wir treffen die und die kommen aus Frankreich, aus UK, aus Deutschland. Und die reisen dann einfach durch Thailand, durch Malaysia, durch Vietnam und teilweise einfach so Leute, die sind über 70. Also so krass. Wir sind alle sehr nett, weil wir sind alle irgendwie, alle ein bisschen lost, so. Ja. Und die helfen sehr gerne und die sagen, zum Beispiel, das Pärchen gerade kam aus Vietnam, aus Thailand und die dachten so, in Thailand ist es viel einfacher als hier. Ja. Und jetzt machen wir dann hier mal Besuche nach einem Motorbike. Und vielleicht können wir mal ein bisschen ein-catchen, wie Vietnam sich so, oder wie Hanoi sich so anfühlt irgendwie. Wer uns schon ein bisschen länger kennt, weiß, dass wir für meine Mama immer Magneten mitbringen, aus jedem Land, wo wir hingehen, wir zu einer ganzen Magnetensammlung und Postkartensammlung. Warte nicht, was der kostet. How much is this one? 50.000. 50.000? 2 Euro. Ich finde die halt cool, weil ich finde, dass die so traditionell sind und ich finde, solche haben wir noch in keinem Land bislang gesehen, deswegen. How much are these? 20.000. Oh, die sind ganz so? Der Preis spricht für sie. Karte. Das ist da mal eine tolle Großkarte, die man verschicken kann. Wir befinden uns jetzt an einem Motorradladen, direkt in so einer Hostelstraße würde ich sagen, der hauptsächlich Motorräder verleiht und repariert und servicet. Aber ich habe auch mit ihm schon privat auf WhatsApp geschrieben und der verkauft auch Motorräder. Natürlich, dieses Motorrad hier wäre mein Traum-Motorrad. Ich hätte das so gerne. Aber es kostet um die 1.200 Euro und so eine Wave kostet, weiß ich nicht, 300, 400 Euro. Wir schauen uns auf jeden Fall jetzt ein paar Motorräder an in dem Lagerhaus von ihm. Die Helme sind besonders witzig hier in Vietnam, die sind wie so Cappies. Ich zeig dir euch mal Lara, das sieht auch sehr witzig aus. Schaut euch dieses Cappy an. Sieht aus wie, wie heißen die Jockey, diese Pferdereiter. Oh mein Gott, wie sehe ich das aus? Mark provokiert jetzt das erste Mal seit einigen Jahren wieder semi-automatisch Motorrad und wir schauen mal, wie ich es sehe. Okay, see you later. Okay, so far so good. Also ich habe natürlich vollstes Vertrauen in Mark, aber es ist schon ruckelig irgendwie. Ruckeliger als auf einer Lexi. Und es ist rot. Und wir fahren über rot. I don't know. Aber es ist nicht unsere Schuld, sondern wir folgen unserem Verkäufer gerade. Ich hätte gerne seinen Motorrad. Das war jetzt unsere allererste Semi-Automatik-Tour. Es war ein bisschen ein holpriger Start. Ich bin bestimmt drei Jahre lang keine manuelle Maschine mehr gefahren. Oder semi-manuell ist ja auch. Man muss selber schalten, man hat nur keine Kupplung. Deswegen war es ein bisschen holprig. Das Problem, das ich habe mit der Honda Wave ist, ich bin ein bisschen groß. Wenn ich auf dem Bike sitze und meinen Fuß hier habe, dann wusste ich, dass mein Fuß richtig nach oben sprang. Genau so ist es mit der Schaltung. Meine Füße sind so riesig, die liegen einfach auf den Schaltknüppeln direkt drauf. Da ist jetzt unser Verkäufer, als weiter geht's. Wir sind jetzt in dem Lager. Wir sind jetzt zurückgefahren, ich habe mich schnell daran gewöhnt. Ich habe jetzt eine Position gefunden, wie ich meine Füße drauf halte. Ich fühle mich wie, als ob ich vom Besen nach Hogwarts fliege. Wir haben auf jeden Fall im Hintergrund eine Werkstatt, wo die die Bikes selber reparieren. Und wir haben in den Reviews auf jeden Fall gelesen, dass die sehr gut sind hier. Also ja, sollte das alles funktionieren, schreiben wir euch mal unten rein, welcher Verkäufer das hier gerade ist. Wir testen alle Funktionalitäten des Rollers, vor allem das Licht, weil ihr möchtet nicht im Dunkeln fahren und kein Licht habt, das ist ein Todesurteil. Wir haben uns entschieden, ein Motorrad zu nehmen. Unsere Kamera ist ausgegangen, mitten in dem ich euch erklären wollte, was für ein Motorrad wir jetzt haben. Wir sitzen gerade in einem Café, wo wir ein bisschen indisch essen. Sehr lecker. Das Restaurant ist direkt bei uns um die Ecke und wir haben uns einfach gedacht, so irgendwas Schnelles zum Essen. Wir sind aber auch schon hängig. Kennt ihr das, wenn man anfängt, so sauer und unnötig wütend zu werden, wenn man Hunger hat? Es war halt auch so ein richtig langer Tag, weil wir einfach SIM-Karte geholt haben, Geld geholt haben, aber hat zuerst alles nicht so gut funktioniert. Dann einen Roller gekauft, dann habe ich mich noch so richtig abgelegt. Und war auf jeden Fall ein ereignisreicher Tag und wir haben auch nicht so gut geschaffen. Aber jetzt sind wir hier und das Essen ist sehr gut und ich habe gerade meinen allerersten Coconut Coffee Ereble Shake und er schmeckt richtig gut. Also ich hatte schlimmste Angst, aber ich mag ihn richtig gerne. Ich hatte das auch irgendwo schon mal probiert, bin mir sicher. Ich weiß nur nicht, wo oder wonach das schmeckt, aber Marc probiert es gleich mal. Er gibt nur einen zweiten Strohhalm gleich, weil Marc halt noch krank ist. Und er probiert es dann und er sagt euch dann, woher wir das kennen. Marc ist ein Genie, wenn es um Geschmäcker geht. Anyways, kommen wir zurück zum Motorrad. Marc ist der glücklichste Mann der Welt gerade. Wir haben eine Honda XR 150 genommen. Ja, ich habe mich dann einfach mal aus Spaß, wollte ich einfach mal das andere Motorrad fahren, weil ich schon lange kein Motorrad gefahren bin. Ich habe mich gefragt, ob ich das Test fahren kann. Ich saß eine Minute drauf und die Entscheidung ist gefallen eigentlich. Die Entscheidung ist gefallen. Ich habe so, oh mein Gott, ich will dieses Motorrad. Ich würde jetzt nicht empfehlen, so ein Motorrad wie wir jetzt haben zu nehmen, wenn ihr keinen Motorrad-Führerschein habt und auch keine Fahrerfahrung. Man kann, sehe ich theoretisch, das auch irgendwie faken, sag ich mal, dass man diese Driver's License hat, aber weiß ich. Wir warten wir auch ab. Also, wir haben es gehört. Ja. Kann man nicht machen. I just wanted the straw. Oh, but we take it. It's okay. We take another one. No worries. Seid da auf jeden Fall vorsichtig, man. Also, es ist auch auf Bali immer wieder das Problem, dass die Tourist kommen. Die nehmen sich große Roller. Ein kleiner Auto-Teil reicht. Und dann passieren halt diese tödlichen Unfälle auf Bali. In dem man nicht. Genau. Es ist halt echt gefährlich. Und hier auf Vietnam, das ist so ein außergewöhnlicher Verkehr, den habe ich noch nie selber erlebt. Und ich fahre ja schon Zweirad seit acht Jahren oder so. Die fahren echt zumindest in der neuen Superwelt. Also, es ist so gefühlt, als ob es nicht so richtige Regeln gibt. Das gibt es auf Bali auch nicht. Aber doch, auf Bali, ja, weißt du nicht, ich fand die schon respektvoll. Wenn du durch bist, dann lasst du dich durch. Jeder achtet auf jeden. Ich habe halt hier das Gefühl, keiner achtet auf keinen. Und? Was ist deine? Das kennen wir, ne? Irgendwoher? Starbuzz-Traffic. Diese abgepackten Ampolen, diese Glasflaschen. Aber es schmeckt gut, ne? Ja, es ist ganz gut. Viel Zucker. Und um fünf Uhr holen wir unser Motorrad ab. Genau, und wir haben das jetzt noch nicht. Das kommt noch, weil die machen jetzt gerade noch das Rack drauf. Und da kommen dann hinterher unsere Backpacks drauf. Und das können wir dann später abholen im Shop. Und es sei denn, haben wir jetzt so ein Ersatzmotorrad bekommen. Genau, uns haben schon Fragen erreicht, dass wir, oder Anfragen erreicht, dass wir bitte dokumentieren sollen, wie viel das kostet, hier einen Roller zu kaufen. Wir wissen, dass man hier einen Roller kaufen kann für so um die acht Millionen, inklusive schon dieser Montur für deinen Rucksack. Also circa 300 Euro. Oder ihr könnt euch das mieten, den kostet das um die sieben Dollar am Tag. Also auch um die sechs Euro oder so. Wir zahlen jetzt für unser Motorrad 17 Dollar am Tag zum Mieten. Wenn ihr weitere Tipps dazu haben wollt, oder Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare oder auf Instagram und wir beantworten das. Gut, wir sehen uns nachher. Ja. Gut, wir haben unser Motorrad und jetzt muss ich wieder durch das Chaos zurückfahren. Die Lara ist leider nicht dabei, sie ist gerade im Hotelzimmer. Und ich hole das Bike alleine ab, habe es auch bezahlt. Wir haben ein Deposit von 500 USD hinterlassen, das heißt, wir haben das Ganze, haben wir vorhin gesagt, mit Paypal überwiesen. Aber die sind super nett, die Leute hier. Wir vertrauen einfach mal mit so einem lauen Magenschmerzen. Das Bike fällt auf jeden Fall auf. Also die ganzen lokalen Leute benutzen hier diese Honda Wave und so. Aber ich weiß nicht. Es fühlt sich immer richtig an, dieses Bike zu nehmen. Ich habe Urlaub und möchte einfach das genießen. Und deswegen ist es mein Traumbike. Ich glaube, ich kaufe mir so eins wieder in Deutschland später irgendwie. Aber ja, wir fahren jetzt erstmal zurück nach Hause und werden morgen die Tour schon starten. Also freut sich auf jeden Fall auf das nächste Video, das kommt. Da werden wir mit Clara Jonathan wieder reunited sein. Wir sind die Chang'e-Freunde. Ich werde immer noch ein bisschen husten. Ich weiß nicht, woher der kommt. Seit einem Monat habe ich den schon. Ich hatte eher gelächelt und jetzt ist der wieder schlimmer geworden. Aber wir fahren jetzt mal durch ein paar neue wieder zurück. Und sehen euch dann in der nächsten Episode. Bye, bye.